ach hier war ich auch noch nicht drin scroll of with vitalize ice magic 36 wieder torrent spell torm of ice Vitalize all champions increase health and energy and maximum energy levels and maximum capacity und flash freeze area of effect das heißt ich bräuchte eigentlich nur noch zwei punkte für preservation mhm ja jetzt haben wir noch teleporter a bringt uns hier hin gut da würde ich gerne nochmal reingeportet werden das heißt wir müssen nochmal hier oben lang au weißt du was gegen dich benutze ich den zauber hier mal gegen dich haut der auf jeden fall ordentlich rein und da wir nur noch halbe energie verbrauchen ja Okay, entweder Übersehe ich was? Was ist eigentlich mit dir hier? Du bist jetzt D Nichts wie noch D, okay Hau Das macht nur das hier aus Das bringt mir aber noch nicht viel Hm Keine Reaktion hier Keine Reaktion hier Keine Reaktion hier Ich bin gerne hier Machen Hau Hm. Ach gut, jetzt sehe ich auch endlich mal das Symbol dort. Ah. Okay. Ein Force Cap. Jetzt bin ich wieder hier. Hm. Das bin ich nur an den Eingang zurück. Das auch. Ja, Eingang. Hm. Hm. Also mich nervt es erst einmal, dass ich hier gerade nicht mehr reinkomme. Da hat es mich ja rausgeportet und dass ich hier nicht weiterkomme. Ist gerade auch recht. Nervig. Hm. Hm. Autsch. So. Da bin ich wieder hier. Ich kann mich jetzt erst einmal gucken, dass ich mich eher um dieses Ding hier kümmere. Bei den Mountain Dragons. Bei den Mountain Dragons. mit. Hier ist es ja. Da. Da komme ich auch da rein. Okay. Okay. Das öffnet jedenfalls nicht die Kammer. Au. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf? Autsch. Welcher Drache was spucken muss? Ja, damit habe ich jetzt die Fackeln hier gelöscht. Ja, ich habe das Gefühl, die deaktivieren die Drachen. Oh. wunderbar, dass wir die Fackeln ablenken. Oh. Und? Oh. Oh. Das ist garantiert ein Zeiträtsel. So, jetzt spucken noch alle. Genau, jetzt hören sie auf, weil ich auf die A-Druckplatte wieder was draufgelegt habe. Gut. Es ist jetzt echt die Frage, muss ich entweder einen Hinweis finden oder einfach rumprobieren in der nächsten Aufnahme-Session? Welche Drachen Feuer machen müssen? Ich gehe nämlich eigentlich immer noch davon aus, dass es alle sein müssen. Aber dass ich das dann richtig timen muss. Also gut. Quicks. Scheiße. Wo war mein letzter Quick? Nein. Bitte sagt mir, dass ich ein Autosave habe. Ja, mein Autosave ist höher. F5 ist Quick Save, nicht F9. Also ja, hier oben. Ich habe die Teleporter nicht markiert hier. Ja, dürfen wir alles in der nächsten Aufnahme-Session nochmal machen. Wie lange ist der Autosave jetzt her? Wie viele Minuten sind uns flöten gegangen? Über eine Viertelstunde. Why? Na gut. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.